Kann man mit dem Pipi-Mann auch A-A-Machen, oder ist er dafür noch zu klein? Noch ein zweiter... Öh, ich dachte immer, ich hätt ihn geflasht, gehatchertet, ne? Oh Gott, wir sind so gefickt. Oh oh. Nice. Oh Gott, ich hab einfach drüber, über dich drüber... Oh Gott, nein, 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 keine Muni! WTF? Okay, 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 okay... Ich hab keine Muni! Nein! Scheiße! Oh, hallo, bruh. Muss ich... Zwei... Nüsse... Gleichzeitig, in den Mund nehmen. Bank up. Uuh! Hahahaha! WTF? So if I'm in Geek Non-Seal zings... Yo, shoot! It's just a StarGround Bros! Do-ba-do-ba-do-ba-do! StarGround Bros! Ba-do-ba-do-ba-do-do! Dude... That's it, Brian? Yes.